Das letzte Mal bei Scorn. Ja da, guckt mal. Da ist das auch schon so. Einer ist schon verschmolzen mit vielen anderen. Aber warum passiert das? Oh, doll. Was mit dem Kleinen da jetzt? Hat der jetzt überlebt oder ist der jetzt geboren worden? Das fand ich auch krass. Ins Gesicht oder was auch immer das eigentlich ist. So und weiter geht's mit Ton würde ich mal sagen. Das wäre zumindest eine Idee. Ich finde diese Idee ganz gut. Nachsynchronisieren kann man zwar machen. Kann man aber auch lassen. So, wo bin ich jetzt hier? Das sieht doch alles gleich aus. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Okay, ich muss es wahrscheinlich ganz nach oben bringen. Los, hoch da. Bewegt dich. Und weg ist es. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich gehe von dir weg. Du willst mich nur umbringen. Nein. Boah, die haben mich eingekesselt. Oh, ich gehe einfach. Ich war niemals hier. Niemand sieht mich. Könnt ihr bitte weggehen? Ich meine, mit meinem bisschen Leben brauche ich hier doch gar nicht anfangen. Nur einmal getroffen und dann bin ich tot. Dann war es das mit mir. Dann bin ich Gulasch. Die verschwinden aber auch relativ schnell, muss ich mal sagen. Das finde ich sehr gut. Nein, nein, nein. Nein. Aua. Ah, warum? Lass mich hier rein. Ich will da rein. Warum kann ich da nicht rein? Warum kann ich da nicht rein? Das finde ich ja echt gemein. Hier komme ich doch auch nicht weiter. Äh, hallo. Und jetzt. Ich muss bestimmt eigentlich irgendwie nach oben. Um mit diesem Griffel das wegzubringen. Aber wie? Benutzt den Griffel. Falls ihr euch fragt, was Griffel ist, das ist da oben. Ich habe es jetzt so genannt. Ah. Aber man könnte ja auch versuchen, diese Maschine zu benutzen. Und jetzt. Ob der mich jetzt hochlässt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Mist, ich wollte erstmal rüberlaufen, ich will erstmal rüberlaufen, lass mich frei. Ja, eine andere Wahl habe ich ja auch nicht, ich komme ja hier nirgendwo weg. Sehr verwirrende Mechanik hier. Oh Gott, ich, ich... Nein, jetzt bin ich auf der falschen Seite raus. Ey, weil alles gleich aussah, ich wusste nicht mehr wohin. Verdammt. Nein. Egal, es kann es doch nicht sein. Na los, ja, jetzt, ich renne einfach schnell durch, das schaffe ich. Ich will nicht noch eine Runde mit rüberlaufen. Und rüber, rüber, rüber. Oh, nein. Bringt der mich jetzt eigentlich um? Weil ich habe ja kaum Leben mehr. Okay, ab einem gewissen Punkt scheint er mich wohl nicht mehr wirklich zu töten. Aber ich verstehe schon, was das Spiel mir sagen wird. Es will mich trotzdem tot sehen. Wieso? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ist hier irgendwas Spannendes? Ich bin weg. Oh, no. Das ist echt nervig. Diese Waffe ist übelst langsam. Und ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Aua, jetzt habe ich mir wehgetan. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder da anfangen muss, wo ich vorhin anfangen musste. Also in der letzten Folge. Wie für euch war es in der letzten Folge? Nee, ich bin wieder hier. Wenigstens das. Wenn ich mich beeile, bin ich schneller da. Und das war nicht schnell genug. Verdammt. Nimm mich mit! Dann eben nicht mal. Aber habe ich jetzt wieder das volle Leben? Nö. Es bleibt dabei, dass ich so wenig Leben habe. Das ist ja richtig hardcore deplinieren. Können diese Bobbeln da nichts? Heil mich! Tu was! Drück irgendwelche Knöpfe. Hallo? So. Jetzt hat nochmal hier. Es tötet mich. Siehst du hier? Was soll ich denn hier? Verwenden? Waffe 1, 2, 3 und 4. Heilen. Heilen mit E. Ich kann mich heilen? Warte mal. Sind diese Bobbeln vielleicht fürs Heilen? Erstmal finde ich das Waffenwechseln sehr spannend. Kann ich definitiv noch nicht. Ja, diese Bobbeln sind zum Heilen. Ich kriege ein zu viel. Juhu! Gib her den Scheiß, ey. Wie toll. Toll, toll. Jetzt kann ich sie mit jedem aufnehmen. Hä? Wer will stressen? Kommt doch alle raus aus euren Nestern. Ihr kleinen Furze. Wieso muss hier eigentlich alles so eklig aussehen? Oh, oh. Und was ist damit jetzt? Was ist damit passiert? Was ist damit jetzt los? Warum sieht das jetzt so anders aus? Kann mir das mal jemand erklären? Hallo? Ist es jetzt effektiver am Heilen? Schwer zu sagen. Man weiß es nicht. Kannst du irgendwas machen? Oh, eine andere Waffe. Und die kann ich jetzt wechseln, oder? Cool. Ach, das sind meine Nachladekugeln. Es wedelt mit dem Schwanz. Wie süß. Na, jetzt kommt er, ihr kleinen Ärsche. Jetzt mache ich euch platt. Jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise. Okay, ich freue mich vielleicht ein bisschen zu sehr. Ist schon unangenehm. Quatsch. Platt machen den Mist. Oh nein. Los heilen. Ins Gesicht. Der kann mir zu viel ab. Jetzt habe ich nur leider nicht mehr so viele. Haltung habe ich jetzt auch keine mehr. Schweres Einzelschicksal. Was ist das denn schon wieder? Ähm. Was ist das denn schon wieder? Äh, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist irgendwie nicht richtig. Hier müssen wahrscheinlich alle leuchten, aber wie? Fragen über Fragen. Na, nach unten kann ich ja nicht um den drehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe hier erstmal noch keine Ahnung. Von daher bin ich erstmal unwissend. Das sieht auch nicht so aus, als wenn ich sonst irgendwas machen könnte. Oh nein! Nein! Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Hm. Ja, ich glaube, das passt schon so. Anders kann ich es ja nicht machen. Was ich nicht verstehe, ist, warum komme ich denn nicht nach unten zu dem? Weil hier kann ich ja nichts anderes machen. Macht ja keinen Sinn. So, warte mal. Vielleicht, wenn... Ach so. Das kann ich nicht mehr. Ach so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Na, aber da unten fehlt doch eigentlich eine Kugel, oder nicht? Ich bin verwirrt! Jetzt! Jetzt! Wie kriege ich das hin, dass alle leuchten? Wenn ich das jetzt hier wieder verändere, dann haut es ja hier wieder nicht hin. Mist. Mist. Nein! Fertig. Okay. ich bin verwirrt wie oft mache ich das jetzt so jetzt ist so der moment wo einfach mein gehirn erroll ist jetzt macht es keinen sinn mehr ja endlich jetzt muss ich also schon wieder so eine teile sammeln dann kann ich hier wohl wieder verschwinden wo es mal ein bisschen hin wo guckt man die waffe sieht so aus als hätte sie eine nase mal gucken wo mich das jetzt hin bringen na gut das ist alle zum glück noch so ein bisschen überschaubar ne zumindest jetzt hier manchmal fühle ich mich in diesem spiel echt ziemlich verloren weil ich so das gefühl habe so okay wo gehe ich jetzt hin ich finde doch nie wieder zurück alles sieht hier gleich aus aber am ende geht es doch irgendwie immer so ein etage tiefer bitte warum renne ich eigentlich so ich habe das gefühl ich weiß ich nicht schon wieder so viele von euch ich habe keine waffen mehr könnt ihr einfach weg gehen wenn ihr mir nichts tut tue ich euch auch nichts ey verdammt verdammt was nein 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 oh nö ihr dürft mich jetzt nicht umbringen oh verdammt hol mich ab hol mich ab hol mich ab die wollen stress dahin die wollen stress dahin ich muss mich mal kurz im auge behalten geht weg oh ne jetzt sag mir nicht die bleiben da ich habe keine heilung mehr ich werde gleich sterben nooo ich warte nochmal bis der fahrstuhl wieder kommt vielleicht habe ich ja glück und die verschwinden bei meinem glück werde ich jetzt sowas von sterben da läuft es weg lass mal gehen tschüss geh einfach verschwinde in dein nest und geh schlafen der macht sogar was ich ihnen sage hehehehe ich bin das monster flüster dingsbums ach was weiß ich denn heilung wär gut ne das ist doch heilung zum glück habe ich das endlich mal geschnallt ne wer weiß wie oft ich sonst noch gestorben wäre und dann können wir ja auch schon mal gleich einmal heilung nehmen wo wir sagen hiermit muss ich jetzt aber nicht wieder rumspielen Och nö, nicht nochmal Och nö Kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Äh, äh, äh Du bleibst da, wo du bist Lass mich in Ruhe Ja, ich mach ja schon Es ist ja belastend Das dauert doch jetzt wieder 300 Jahre Ich bin froh, dass ich das vorhin so halbwegs geschnallt hab Das war auch eigentlich nur ein Zufall Und es geht schon wieder gut los Äh, ist ja belastend Okay, das passt schon mal Oh, wow Das ging ja diesmal schneller, als ich dachte Das war einfacher Na, dann gib mal her den Kack Dann hätte ich ja jetzt Teil Nummer 3 Dann würde ich jetzt auch gerne gehen Verdammt Oh, was? Der hat mir voll einen in die Fresse gegeben Ist ja krass Nein Ich gebe zu, ich hatte ein bisschen Angst Ich würde es doch immer wissen, ne? Ich hätte doch auch gehen können Aber man weiß ja auch nie, ob hier nicht irgendwas Wichtiges noch ist Habe ich noch Heilung? Ja Na, dann sollte ich die mal nehmen Wow Erstmal fett die Dröhnung hier Oh, hier war ich doch vorhin Oh, oder? Doch, doch Doch, 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 doch Äh Heilung gibt's keine mehr Nö, nö Geh jemand anderen nerven Ach Lass mich alle in Ruhe Lass mich alle in Ruhe Nein Schnell, komm zurück Nimm mich wieder mit Still Still Die wollen mich essen Bleib gerne weg Bin ich jetzt hier richtig? Ja Oder? Und Nummer 3 Bitteschön Jetzt kann ich unten lang Mal gucken, inwieweit mich das jetzt weiterbringt Jetzt muss ich wieder warten, bis es komplett nach oben geht Ich will nicht sagen, dass ich ungeduldig bin Aber Ich bin ungeduldig Naja, denn Gut, jetzt kommt schon Beeilung Das hab ich alle schon mal schneller gesehen Und Ab davon So Und was mach ich jetzt? Wieso bin ich hier? War das hier nicht? Ne, das war nicht hier Da oben ist dieses Griffel-Teil Ob ich das jetzt irgendwie betätigen muss? Äh Boah, ich dachte gerade, ich hab einen Backen Und komm nicht weiter Das hätte mich ein wenig wütend gemacht Ja, jetzt steh ich schon wieder hier Und hab eigentlich gar keine Ahnung, wohin Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Mega-Grüffel Schreitet zu Tat Tschüss Los, schnell hinterher Hinterher Ich muss hinterher Ich muss hinterher Verdammt Ich dachte, es führt mich irgendwo hin Hm Nein, 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 nein Gab ja hier auch irgendwo diesen Abschnitt Ja, ich glaub da oben war das Äh, aber ich Ich bin unsicher Ich hab noch keine Ahnung genau Was jetzt passiert Ich ignoriere die einfach alle Ich bin gar nicht hier Wenn ich die nicht sehe Wenn ich die nicht sehe, dann können die mich auch nicht sehen Das ist eine ganz einfache Logik Äh Okay Okay, 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 okay Nee, du kannst jetzt noch nichts machen Ich glaub ich muss das Teil hier runterfahren War ich hier schon mal? Bin ich hier richtig? Oh ja Da Nein Falscher Knopf Ich muss euch gestehen Ich hab auch echt keine Ahnung Was ich so genau tue Ich rate mir Ich reagiere nur auf das Was ich sehe Ob es mich weiterbringt Ich hab echt keine Ahnung So Das ist noch da Okay Nein nach oben bringen wahrscheinlich na ich bin ja mal gespannt ob das jetzt hier gleich irgendwie mal ein ende findet ich wäre dann auch bereit für den nächsten abschnitt ist jetzt nicht unbedingt mein lieblingsabschnitt ich denke mal hier hm hm und ob du wirklich richtig stehst siehst du denn das lichter geht oder auch nicht ok hi was geht bei euch so es will mich immer noch töten ich bezweifle dass das noch lange gut geht oh da sind bestimmt wieder ganz viele norberts drin ich mag norberts hallo es gibt mir waffen munition vielen dank bitte beehren sie uns nicht wieder dankeschön ja und nun hier geht es nicht weiter na toll das macht mich nicht heiter nein 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 lass das ey wo kam der denn auf einmal her ich glaube ich sollte mir das hier aber aufheben also die schusswaffe ist halt besser als dieser komische bolzen hier von daher sollte ich sparen nein 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 oh nein ich glaube wir stürzen ab wo bin ich hier eigentlich wer weiß das schon irgendwo im nirgendwo oder so Entschuldigung Das wollte ich nicht. Doch, eigentlich schon. Warum kommen hier so komische Geräusche? Ich gehe lieber wieder hier rein. Ich gehe lieber wieder rein. Ich gehe lieber wieder rein. Ich gehe lieber wieder rein.